Portugals, Portugals, Portugals Portugals, Portugals fragt euch mal warum wir waren der erste, der Portugals zum Beispiel entdeckt hat es war nicht Kolumbus 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 ja, es ist ja euer Kolumbus Kolumbus nicht, Kolumbus es ist nicht Kolumbus und du bist aber nicht entdeckt Kolumbus kennst du Kolumbus die Fernsehserie also er Kolumbus ja also er meint Portugal entdeckt das ist ja ja ja